Hallihallöchen Popöchen, Willkommen bei The Forest. Ja, längere Ausnahmesession, Aufnahmesession gehabt, Pause. War ja ein bisschen, ja, alles ein wenig schwierig. Oder Fähchen? Ja, ja, es war so ein bisschen sehr kurios. Jetzt muss ich dich erstmal suchen. Ja, Richtung Strand. Du hast ja mehr in der Uniklinik in Düsseldorf die letzten Tage verbracht als sonst irgendwo. Ja, das war sehr prickelnd und sehr aufregend. Kann ich hier empfehlen. Mittlerweile ist da schon ein Update wieder erschienen. Ja, das nächste Update ist ja schon fast wieder draußen. Das kommt in ein paar Stündchen. Aber was ist das, was ich sehr geil finde? Was spielen wir auf der aktuellen, was ist das? Die 032. Richtig, richtig. Ich muss mal eben was trinken. Ja, aber was ich sehr geil finde, was ich jetzt gelesen habe, ist ein Köcher. Wo bist denn du? Weil ich sehe dich nicht... Am Wegrennen. Ja, ich such dich gerade, weil ich bin ja noch an dieser blöden Höhle und ich hatte verdammt viel Glück. Ich habe noch keinen Ureinwohner gesehen. Ja, ich gerade ja schon. Deswegen war ich da so vor Freude am Rufi. Janken. Ja. Ich weiß doch gar nicht, wohin ich soll, weil... So, ich zünde schon mal den Pfeil hier an und dann... Ja, Ureinwohner hin. Naja, ich komme auf jeden Fall in deine Richtung und dann... Oh, der Vogel ist fast auf mir gelandet. Deswegen habe ich mich nicht voll abschrocken. Ja, ich suche dich gerade. Ich weiß noch nicht, wohin ich jetzt muss, weil ich sehe deinen Namen ja noch nicht. Ja, Mann, ich habe hier eh gerade Probleme mit... Äh, ach Quatsch. So war das. Musst du mal eben gucken, wie man nochmal hier Pfeile abschießt. Ist ja ganz verlernt hier. Ich habe deinen Namen jetzt gefunden. Weiß ich, wo du ungefähr bist. Jetzt weiß ich, wohin ich muss. Genau, ich hatte doch einen Abstuhl. Also, mein Rechner ist doch gefließt. Ja, dein Rechner ist ja in der letzten Folge abgeschmiert. Also, es wird definitiv Zeit für einen neuen Rechner. Ja, so quasi. Heißt ja dann für dich einen neuen Rechner. Juhu! Ich wieder das abgelegte olle Ding. Na, so olle ist auch nicht. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Also, ähm... Nee, ist aber die beste Alternative. Und mein Rechner kriege ich nicht so hochgebockt. Das ist auch wieder anstehen kann. Ich bin fett... Shit! Ich bin fest auch noch. Alter! Was ist das? Uso. Uso. Also, ich komme mal auf deinen Namen zu. Ich sehe ihn jetzt gerade. Ich habe sogar... Das ist mal nicht. Oh! Vergessen. Das kann ich nicht, ob ich überhaupt weiterlaufen möchte. Nein, möchtest du nicht. Ich habe aber auf jeden Fall meine Achse jetzt auch mit Alkohol. Dann soll das doch länger brennen. Und wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe. Wenn ich nicht zu blöd dafür bin. Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Und ich glaube, es sind drei Hasenfälle und ich glaube, ein Seil oder so. Dann kann man ein... Ähm... Ich bin auf dem Weg zu mir. Ja, da sieht mich. Oder doch nicht. Doch, er hat mich glaube ich gesehen unter dich. Guck mal. Was ist das? Meine Axt. Und ich meine Pfeile. So, ich müsste mal dringend was trinken eigentlich. Ich müsste mal was trinken. Also definitiv denken, brennt es schon mal länger. Drei Hasenfälle? Warte. Und, äh, ich glaube ein Seil muss das gewesen sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, richtig. Äh. Wo ist das Ding jetzt dann hin? Ich glaube auf dem Rücken. Warte mal, darf ich mal kicken? Nee, du bist voller Blut. Nee, auf dem Rücken hast du nicht. Auf jeden Fall kannst du da wohl Pfeile rein, aber die kannst du nicht nutzen. Die sind mehr passiv, also du musst die dann rausholen. Aber kannst halt mehr mit dir tragen dadurch. Hab bei dem auf jeden Fall gekroftet. Wo du jetzt bist? Ich habe keine Hasenfälle. Ich habe nur zwei. Mir fehlt noch ein. Sonst könnte ich das sein, wobei noch mal unser Häuschen. Rosa, oder? Ich glaube, das war... Ich bin gerade selber am gucken. Muss ja die Rosa, oder? Und sonst andere Flaggen hier, nö. Ne, war rosa. Kommt schon. Das kann ich nicht mehr auf die Scheiße, die wiederkamen. Was denn? Mit rosa. Obwohl ich glaube, wir hatten doch auch eine Bibel. Ich glaube, wir hatten doch auch eine blaue Brot. Das ist wie die blaue Brot. Ah ja, rosa. Ich höre schon wieder um jemanden schreien. Und ich sehe was. Was? Bei mir. Wo ist die alte? Da weiß ich auch manchmal nicht. Jetzt ist meine Axt aus. Ups, soll ich zurückkommen? Nö, nö, alles gut. War nur eine Uschi. Die hing irgendwie bei mir. Und ich hatte sie durch Zufall gesehen. Alles gut. Aber ich glaube, die Energie geht gar nicht mehr so schnell runter. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Also beim Rennen relativ geht. Bin ich schon. Ich finde es wie hell ein bisschen jetzt aus. Aber vielleicht ist das ja auch... Das sollte ja jetzt so gut sein. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Bäume sind gar nicht so gekommen, wie wir... Vielleicht beim nächsten Update. Das kann doch nicht sein. Ach, guck mal, wir können sogar abschließen. Guck mal. Stimmt, das ist ja auch mit dem Update neu gekommen. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht so wirklich, wie man kann abschließen. Ja, guck doch mal draußen. Okay, mit E. Darf ich mal kurz auspisten? Ja. Ah, cool. Komm ich raus, ich komm mich raus. Oh, komm ich wohl. Jetzt kommst du raus. Weil ich habe wieder aufgemacht. Ja, habe ich gemerkt. Darf ich mal eben reinkommen? Naja. Das ist ja cool. Dann heißt das aber auch, dass die Ureinwohner wahrscheinlich reinkommen können. Das könnte passieren. Durch. Survival. So. War noch? Hase, Survival. Äh, Hase. Also, die sind auch was leichter, glaube ich, geworden. Ich habe nämlich gerade einen komischerweise erwischt und was war das nochmal Seilen, ne? Ja, drei Hasen. Drei Hasen und ein Seil. Also, drei nicht drei Hasen, aber drei Hasenfälle. Ach, der liegt neben den Pfeilen, die ich das Ding. Und die kriegst du? Ja, ja, neben den Pfeilen. Ach, da ist das auch, ja. Und ich gucke jetzt gerade, wie ich die reinkriege. Nein, nicht den Bogenkraften. Will die Pfeile hören. Bestimmt kriegst du, ja, du musst die aber dann wieder da rausholen, irgendwie, ne? Aber wie kriegt man die Pfeile da rein? Ah, wahrscheinlich, wenn man zu viele hat, werden die wahrscheinlich automatisch da reingesteckt. Das kann gut sein. Survival. Naja, gut. So, wir hatten ja auch eine Pfeile. Ja, ich habe nur noch eine Feder. Ah, ich muss das schon abonnieren. Die hat dann auch eine Tierverlegende. Kann man die auch von innen eigentlich zumachen? Das, äh, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Oder haben wir die falsch rumgebaut? Hm, eigentlich nicht. Nee, von innen kann man die aber nicht zumachen. Ja, gut, äh, wenn, schließt du die ja eh von außen ab, ne? Oder? Umantel mal eben mein, magst du, also auf jeden Fall brennen sie länger, definitiv. Ja, doch cool. Und das ist doch schon mal cool. Jetzt zwar auch nicht so wahnsinnig viel, aber schon länger als vorher. Das ist doch schon mal viel wert. Wollte ich gerade sagen. Hm? Wollte ich gerade sagen. Das ist doch schon mal viel wert eigentlich. Was mich nur wundert, warum, äh, die Dinger nicht neu gekommen sind. Können wir das hier auch kaputt machen? Was denn? Nee. Wir können hier auch so einen Knochenzaun machen. Guck mal. Hm, 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 hm. Ach, den hinstellen. Aber da könnte man echt so aus Zierde irgendwo. Jetzt kommt mal wieder so dieses schöne. Da ist das, boah, ist so dunkel und so regnerisch und stürmisch. Aber das Ding ist nicht mehr da, ne? Unser, 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 äh. Was? Unser Typ, den wir hier aufgehangen haben. Unsere Skulptur, die ist nicht mehr. Nein, nein, der ist platt. Der war doch schon verbrannt. Ja, ach ja. Stimmt, ganz vergessen. Ich hab ganz vergessen. Ähm, bam, 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 bam. Gut, Knochendingens gibt es, ja. Steinwand kennen wir es. Das kennen wir auch. Hm, hm. Das ist ein Kollektor. Äh, das ist ein Rack. Oder das ist ein Rack. Das ist ein Rack. Kopflampe. Dekorativer Skull. Wallplaner. Äh, Wallplanter. Hm, okay. Äh, Weapon Rack gibt es auch. ja das gab es auch vorher doch schon monotop wiretrap vielleicht bauen um die waffen dann können wir nämlich jeweils noch mal was mit uns führen und wenn wir die aus versehen verlieren oder sterben sollten und nicht mal in unserem leichnam kommen haben wir die waffen dann immer noch oder so wie ich hängen bleibt muss eine auslösung ach drauf geschissen gebaut hat jetzt einfach das ist die eine falle d du bist das sagen mal ich mach nichts gut und auch ok aber nicht ich höre jetzt nicht viel über meine Töne aber ich sehe da hinten nicht das ist ein lichtkegel aber ich sehe noch keinen kommt gleich auf besuch so wie es sich anhört irgendwo da hinten ist so ein lichtkegel die machen ja mittlerweile geräusche die meisten garter lochs brauchen wir für unser haus kann ich das in unserem haus ersetzen hier ist auch ein lichtkegel aber aber ich denke mal bei dem nächsten großen update wird wahrscheinlich auch der wald wieder ach scheiße ich muss ja dann muss ich noch eine treppe bauen ja das ist auch du für witzende treppe bauen so einfach machbar vielleicht eine hängebrücke oder so irgendwas er meins ist nach da oben direkt nach sondern einfach hier so also von plattform zu plattform oder irgendwie ja oder von der steinwand wenigstens irgendwie bis zur treppe oder so ja irgendwie sowas kann hier zum beispiel bis zur steinwand aber das erst mal bitte das haus fertig geworden wir wollen irgendwas hier noch machen öh hallo oh gut fratzen katzen fratzen essen ach so fratzen mit katzen katzen verstanden mit katzen mit katzen der 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 es sind der 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 mit er er der er 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 die er haben das ist ein Eichhörnchen aber kommen welche und sagt doch da war für mich noch mal schon fertig Jupp die war für dich ich sehe es ja nicht wir solltest du jetzt nicht so unbedingt an dem Baum hier entlang laufen und auch nach einer Fallung oder was ja dann kriegst du voll eine geplästert von dem Stein Ding ich glaube weniger versuch es mal na du schlägst und ich schalte Waffe na du schnell weg kannst Quatsch ich sehe bei dem Dunkeln also es ist echt arg dunkel auch mittlerweile finde ich ich hau direkt den nächsten Raum hier ja ich geh schon mal Locke die Locke wegbringen sonst finde ich die nicht mehr wieder ich hab einen Orientierungssinn im Moment wie so ein das ist aber komisch weil ich Düsseldorf alles gefunden wusste immer wohin ne aber bei so einem beschissenen Spiel habe ich einen Orientierungssinn wie so ein Maulwurf total beschissen im Tageslicht rum wartet und ich weiß wo vorne und hinten ist ich glaube ich muss gleich mal was trinken da musst du leider glaube ich augenblicklich auch das entweder auf unsere Dosen oder auf das unabgekochte Wasser umsteigen oder du musst ja im Wasser kochen so haben wir nix drin ja ne aber wenn wir den 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 Horst eben neu starten dann ist äh nix mehr drin da haben wir echte lange äh folgenpausen gemacht eigentlich oder aufnahmen ist ja schon eigentlich war das auch nicht geplant ne ne wir hatten ja echt gute wir haben ja elf folgen innerhalb von zwei drei tagen hatten wir ja fertig gemacht und dann äh sind wir äh ups ich höre was ich auch da sind wir jetzt das hört sich nicht gut an da sind wir ja leider echt nicht mehr dazu gekommen um ne weitere folgen aufzunehmen da war zack ne schon ich glaub da hinten ist Lampionchen ich sehe da ein Lichtkegel da waren wir ja schon zack bei ne äh Building Version 032 und ich hab ein Leucht gesehen toll hier sind noch Dinger und hier hinten sind noch welche oh ich guck grad wo dein Name ist ja hier sind auch welche und die die hier am nächsten sind nein quatsch ja wir haben echt verdammt viel geschafft und ähm irgendwo höre ich auch noch was ich seh kann mein Lampionchen läuft aber dann läuft auch noch ich seh grade äh so wenn schon also ähm er denkt schon er macht den Dancer eigentlich wollten wir auch nicht so lange Pause machen oh da kommt der nächste Uhr was eigentlich wollten wir auch nicht so lange Pause machen ja gut das war jetzt äh nicht geplant ne aber am Wochenende möchte jemand noch mit dazu stoßen das find ja cool ein bisschen hier mitbauen ein bisschen geht der noch? warum geht der noch? ähm ich muss mal eben essen und trinken ja super lass mich mal alleine genau kann ich nix für ich muss echt essen ja dann rette ich mich mal im ganz schnellen Arsch ja ich kann aber nur rennen wenn ich äh ich seh schon ich komm 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 äh ohne essen und trinken bringt mir das alles nix weil meine Ausdauer dann im Arsch ist äh muss auch so weit weg liegen aber die Ausdauer geht immer noch heavy runter nö also ich find nicht mehr nö also die Ausdauer geht aber immer noch enorm runter finde ich ne aber die geht was schneller hoch das kann natürlich sein nö haben sie denn alle getötet hier ja hab ich getötet habe es alle aber leider noch war aber noch um mir an mitgegeben ja passiert schon mal was nur noch ein Stapel komm mal wahr so ich hab schon fleißig weggebracht und ich bin extra für dich runtergesprungen und hab einen Fallschaden genommen ja so lieb war ich für dich äh ja ja auf jeden Fall möchte äh ja äh am Wochenende noch jemand dazu stoßen und beruflich ist er bei dem freue ich mich schon drauf ja wobei beruflich bei dem ist das ja auch anders oder gar nicht möglich außer am Wochenende als Becker ne außer er hat Urlaub genau ich muss mal gleich was fratzen bitte du 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 ich weiß doch gar nicht was wir zuletzt jetzt eigentlich also wir waren auf jeden Fall am Boot wir haben ne Höhle gemacht ähm müssen du jetzt zum Beispiel warte futtern und äh mehr weiß ich jetzt auch grad gar nicht was wir alles gemacht haben ja viel haben wir jetzt äh zuletzt auch nicht mehr großartig gemacht ne wir haben jetzt auch relativ viel zwischendurch gebaut auf jeden Fall genau wir haben äh Höhlen gemacht zwischendurch und wir haben schon was ich sehe was zwei was drei was warte komm hier komm hier das ist durch mich durch du und mir vorbei gerannt guck mich durch guck mich durch und guck mich mit dem Arsch nicht an so und die anderen beiden hin ich höre aber ich sehe nix jetzt häng ich auch noch das ist nicht schön der Hänger ist jahuuu schwarzes Bild ah schon mal liebe ich noch du auch noch hm aber hier waren drei Stück wo sind die anderen beiden hin wo sind die anderen beiden hin weg versteckt oder so die sind viele oder da ja okay ich geh jetzt mal ein bäumchen fällen hm wir sind wie ich eigentlich hier hinten hin um ein bäumchen zu fällen hm hm nee das ist das bambi in uns immer eben meine axt wieder neuem kraften alkohol dran was in der richtung wert kommt zu mir oder er kommt zu mir er brennt aber schon das ist bestimmt die zwei die abgehauen das soll auf jeden fall ist eine geschlüssel die 1 2 loks liegen hier noch immer eben die lockers hier weg schaffen schaffst du das jahre naja ich war ja jetzt nur in gerade noch mal ein paar fehler nach den sonnen eigentlich aber weiß doch gar nicht was die jetzt alles gemacht haben ich habe es nur noch so grob im kopf weil es echt ja die haben wieder einiges gemacht müsste ich gleich mal nachschauen weil es doch ein bisschen arg lang her ist so auf einer gewissen Art und Weise wir haben das für updated und haben wir ja schon nachgelesen was alles so kam weil es das update kam haben wir schon gelesen gehabt ja kurz danach musste ich zum krankenhaus erst warst du krank am selben tag noch mit der kurzen zum krankenhaus dann war schon vorbei oh oh was weiß nicht wie tief ich da runter kann ich habe gerade jetzt ein bisschen angst dass ich zu tief runter komme ja hast du die zwei loks von mir genommen ja ja die hatte ich mitgenommen ok fand ich das nächste Wäldchen ich habe gerade ein bisschen angst dass ich im sinkloch runter falle ja aber ich glaube da ist immer nur eine alpha oder ja doch hast recht ja aber gerade kam ich so tief runter da er ist nicht ganz so sicher ich muss gleich mal in dieses verkackte Loch ich will in dieses verkackte Loch ja dann müssen wir gucken welche Höhle ich will in das verkackte Loch so ich habe hier noch 1 paar miß Schäden haben wir auch noch da ich will da nicht essen ich will da rein gucken Aber irgendwie habe ich die Töne hier voll leise. Ich müsste demnächst echt mal gucken. Die hattest du doch, glaube ich, sogar leiser gestellt, oder? Ja, die hatte ich leiser gestellt, weil es so extrem laut war. Und jetzt ist es irgendwie sehr leise. Also ich höre es echt nur soeben alles. Es hat noch nicht die richtige Einstellung gefunden. Wie diese... Session. Aufnahme-Session, wenn ich ehrlich bin. Ach, da stehen schon wieder welche. Ach, die fressen ihren Kollegen. Die fressen ihren Kollegen. Oh, dann sind wir irgendwo. Ab ins Haus, zum Haus. Ja, ich bin im Haus. Was ist es denn? Vier, fünf Stück oder so. Ach, die schaffen wir doch, oder? Ja, sicher, dann schon, aber... Die rennen da hinten rum. Die versammeln sich. Ja, warte. Das Richtung Brücke gehen? Ja, die sind, glaube ich, schon wieder weggerannt. Ich glaube, nur ihre Kollegen gerade aufgepressen. Und dann sind sie wieder abgehauen. Wie? Wie widerlich. Ah, einer ist aber erwischt worden. Die haben unsere Falle ausgelöst. Cool. Ja. Ja, geil. Hier, komm, gucken. Wo bist du? Ja, ich komm, ich bin auf dem Weg. Aber die Falle sieht schon artgeil aus. Ja, guck mal hier. Nicht einer. Er hat mit den Steinen da angekriegt. Siehst du das? Wir hatten eine Axt fallen lassen. Die konnte ich direkt wieder nehmen. Achtung, Vorsicht mal auf. Aktiviere die Falle. Jetzt nicht gerade laufen. Nee, nee. Obwohl, ich würde ja gerne mal testen, was passiert, wenn du da durchläufst. Darf ich? Ja, mach doch. Ich würde echt nur mal testen. Das sah aber echt heavy aus. Obwohl, viel Schaden hat sie jetzt bei mir nicht gemacht. Aber, äh, trotzdem. Wurde es einfach nur mal testen. Ich bin ja so krank. Also, es sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, ne? Du konntest das jetzt ja besser sehen als ich selber. Ja, so auf jeden Fall cool aus. Die Folge nenne ich, äh, Fähchen und die, äh, ja, Steinfeier. Nein, ich weiß es nicht. Das ist doch nicht schlimm. Ich probiere gerne rum. Fähchen geht mir ins Netz. Riech, Riech. Vorsicht, da kommt ein Baum. Ja, hab ich versehen. Ich bin gut ausgewichen, gerade eben. Wo rennst du denn jetzt hin? Äh, meine Loks noch holen. Achso, du hast noch. Äh, warum? Ich hab noch drei Stück, nur noch. Und ich bin jetzt hier extra am Fällen, ehrlich Trottel. Ja, ist doch kein Problem. Dann fäll doch weiter. Wir brauchen doch eh noch, äh, 25 Loks. Und ich muss noch was futtern. Weil, wenn ich jetzt nicht futter, fänge ich auch futtern. Ja, kann ich. Was auch für Schultern hab. Nee, ich wollte jetzt echt mal, äh, austesten, wie das, äh, ist. Also, wie die Falle wirkt. Aber das ist heavy. Du liegst echt erstmal voll auf dem Boden. Ja, die haut dich ganz schnum, ne? Und den einen Kannibalen hat sie zu mir umgehauen. Oh, fucking. Was denn? Bin abgestürzt. Was sind das denn so? So, schau auch nur ich. Oh, ich muss noch die Leuchis aufhängen. Ich hab noch zwei Leuchis drin. Ach, scheiße, da ist er schon gebaut gehabt. So, weibel! Was? Und Knochen. So, weibel! Aber ich fand es echt schade, dass wir so lange jetzt ne Pause machen müssen. Ja, echt. Und jetzt kommt schon das nächste Update weg ein paar Stündchen. Ah, mach mich. Gut, dann gibt's wieder was Neues zu entdecken. Also, manchmal find ich das ganz toll, weil dann wird's echt nicht langweilig. Weil das Problem war ja wirklich beim ersten, bei der ersten Session, die wir hatten. Staffel, nicht Session. Äh, ja, Staffel. Oh, ich bin zwar ein bisschen erkältet. Bei der ersten Staffel, die wir hatten, war es irgendwann nachher langweilig, weil wir, glaube ich, auch viel zu schnell durch waren. Ja, wir haben ja nicht schon sehr viel Gas gegeben, ne? Ja, also zu viel irgendwo, find ich. Zu wenig gebaut, glaub ich auch. Wir haben ja vorher schon gebaut gehabt, das hat man ja vorher alles so vorbereitet. Ich glaub, das war unser Problem. Ich glaub, das war ein bisschen doof, ja. Ja. Und vor allen Dingen, wir haben auch zu viele Folgen zu schnell hintereinander rausgehauen, fand ich so. Der Abstand war halt immer sehr örtlich. Ich glaub, jetzt sind wir so zwei bis drei Tage, äh. Jetzt, aber vorher haben wir ja immer, weiß ich nicht, jeden Tag, glaub ich. Ja, da hab ich täglich jeden Tag, äh, folgen. Heute ist, äh, folge elf und das war meine letzte Folge, die ich noch hatte, äh, ist, äh, heute auch bei Runden eingegangen. Das heißt, wir müssen jetzt fruchtig, fruchtig nachproduzieren. Natürlich. Ja, da hinten sind noch Loks, weil sie heute mal raus. So. Ja, ich hab einen noch. Ich hatte jetzt gerade den nur weggeschmissen, weil ich, äh, Lurchi, äh, gekillt hab. Ach, Lurchi. Give me, Lurchi. Ach, das war jetzt grad. Ich hab gedacht, du wirst ein Ohreinwohner. Als du da liebst mit den Loks. Na, ein Ohreinwohner hilft mir natürlich. Alter Schweden. Ne, auf jeden Fall, äh. Ich überleg jetzt gerade, ob ich hier noch eine Tür reinmache. Ich mach hier noch eine Tür rein. Ich weiß nicht warum, aber ich mach hier noch eine Tür rein. Änderst du das? Mach da noch eine Tür rein. Was ist denn da der Unterschied? Hier, gull. Hä? Hä? Mach mal. Na, ist egal. Wow. Und irgendwie fliegt man die Treppe runter. Kann sein. Ja, weil ich viel zu steil gebaut habe. Aber, ach ja, genau. Eine Neuigkeit, äh, Neuerung soll da sein. Ähm, die Treppen sollen besser zum Bauen sein und so weiter. Echt? Ja gut, ich hab nicht alles gelesen. Ich hab ja nur halb. Und ich hab ja nur... Das macht ja auch nicht so viel Schaden. Nö. Ähm, ich hab's ja halt nur halb gelesen, weil ich hab ja nicht so wirklich die Zeit, so viel zu lesen. Ähm, und ich glaub wir haben das, als wir das gelesen haben, war wirklich so... Spontan. Ähm... Ich hab ja auch selber alles auf Low und Minimal und... Ich glaube, deswegen nehm ich auch selber nicht auf. Weil meine Grafiken so bescheiden sind. Irgendwie fühlt sich das an, als ob ich schwebe. Ich hab glaub ich jetzt aber die, ähm, die Band hab ich, äh, die Tür hab ich glaub ich jetzt aber von innen gesetzt, ob man die von innen abschließen kann. Keine Ahnung warum, aber... Vielleicht kann man die eigentlich nicht von innen abschließen. Ne, man kann halt, man kann halt, äh, auswählen, ob die von innen oder außen abschließen, also, ja. Ja, okay, und wir konnten das vorher nicht, weil wir das ja andersrum gesetzt hatten. Ne, du konntest aber gar nichts anders setzen. Nö. Also, ich denke mal, da haben die das einfach nur verdreckt von außen gemacht, aber von innen wär ja sinniger, ne? Weil wenn die Ureinwohner von außen vordöppeln, rum die ja sonst rein, wenn die nicht abschließt. Logischerweise. Ich glaub, dann schläfst du bestimmt auch jetzt sicher mal, wenn du abgeschlossen hast. Das kann natürlich sein. Ja, wir bauen oben vielleicht noch ein Bett hin oder so. Ja, um das einfach mal auszutesten. Ja, hier überlegen. So, zack. Und du hast aber keine Loks mehr, ne? Ähm, jetzt nicht mehr, glaube ich. Noch nicht, okay. Dann kann ich ja Loks jetzt, äh, bis, äh, organisieren. Können wir auch noch ein Bau fällen. Aber wir brauchen immer, wofür brauchen wir eigentlich 14 Loks? Haben wir irgendwo noch was gebaut? Wir brauchen nur 14 Loks. Das war so neutral, ehrlich gesagt. Nicht. Haben wir noch woanders irgendwie was gebaut? Natürlich müsste. So, dass wir das bauen. Baum fällt. Ki. hol ja auch mal ruhig hier von dem einbauen hier haben wir ja ich habe ich schon also schon herz sicher dass wir müssen auch irgendwo mal einen zweiten aufbauen ich habe keinen falschen wie geil ist das ja wenn du langsam wenn du langsam macht dann geht das eigentlich nee wenn du dich drehst also ich hab mich zur Seite gedreht und bin ich auf den Stein aufgekommen eigentlich die Füße dann kann ich weiterspringen aber wieso brauchen wir zwölf Loks wofür? ich weiß nicht wenn man noch einen Bauthof hast du unten noch Regale hingebaut gehabt? wie und Regale? ich meinte unten Regale aber die sind doch schon fertig gebaut ja weil irgendwie brauchen wir noch Loks aber irgendwie kann man die Tür trotzdem nicht abschließen und bin ich zu duften für die letzte Woche hast du von außen oder von innen? ich meine von innen bin aber jetzt nicht sicher ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher das war nicht schlimm hätte es vielleicht andersrum machen müssen weil es irgendwie von außen ist jetzt war das Zeichen aber ich kann hier abschließen also ich kann nicht du kann ich doch nicht weil du zum blöd bist einfach nee ich seh das eh gar nicht also ich seh das ah jetzt du hast du auch geschossen du hast du auch geschossen die Tür ist jetzt sie ist aber dann muss eigentlich andersrum sein soll ich mal was? ähm die Tür danke danke wieso andersrum? mhm weil jetzt die dunkle Seite innen ist ist ja egal nein 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 ich sag ja nur ja hat es ja mal kein abschließen oder? ja richtig ja liebe Freunde ich glaub das war's dann für heute heute nur ein bisschen mehr gebaut als sonst irgendwas aber wir können ja ja morgen mal so bisschen ja wir müssen ja jetzt auch erstmal reinkommen und erstmal gucken was haben wir vor was wollen wir jetzt eigentlich überhaupt machen den Hasen jagen den Hasen ähm bisschen überlegen was wir jetzt eigentlich noch vorhaben aber wofür brauchen wir noch 10 Loks? keine Ahnung wir haben bestimmt irgendwo wieder was gebaut gehabt alter wir haben die 10 Loks weil ich nicht weiß wohin keine Ahnung hier drin nicht aber wir können doch mal eben drin saven und so weiter und eben damit die kleine Session hier beenden ja liebe Freunde vielen vielen lieben Dank dass ihr dabei wart fürs Zuschauen und äh ja ähm die Fae ist äh hat ihr Moon T-Shirt wieder an Moon Moon und du keine Ahnung weil du bist voll mit Blut und durch deine Durchhaut erkenne ich das nicht so wirklich Deliver us to the Moon du hast so komisch gepumpt da kannst du nicht gucken ich brate ja gut liebe Freunde die Freunde ja ja